Musik Wir hatten ja vorhin hier einen Wissenschaftstalk, jetzt kommt der Mystery Talk. Es ist was Wahnsinniges passiert auch, man muss das einfach mal sagen. Also unser nächster Speaker, der Peter, der arbeitet bei der Telekom und der war pünktlich da. Also mit ihm war vereinbart. Der Techniker ist nicht nur informiert, er ist auch anwesend und er ist informiert und wird die Informationen weitergeben. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass ich heute mitgeteilt bekommen könnte, woher das kommt, dass ich immer nur Edge habe. Er sagte, ich soll einfach zu seinem Unternehmen wechseln, dann wäre das besser. Er weiß, wo er arbeitet. Tatsächlich geht es aber um die Sachen, die wir im Telefon nicht sehen. Also wir sehen normalerweise auf unserem Screen im Telefon so zwei Balken, drei Balken, LTE, keine Daten kommen an und wundern uns wie blöde. Peter Schmidt kann erklären, warum wir uns wie blöde wundern. Es liegt nämlich nicht an den drei Balken, sondern an was ganz anderem. Ja, danke erstmal für die Einführung und für die Einladung. Mein Talk geht über den Mobilfunk und hier insbesondere um die Luftschnittstelle. Und davon wiederum der physikalische Layer und von dem physikalischen Layer insbesondere der Uplink, also der Weg vom Mobiltelefon zur Basisstation. Ich arbeite seit knapp 30 Jahren in dem Bereich. Ich habe alles mitbekommen bis auf das A-Netz. Da war ich noch zu jung zu. Ich habe also C-Netz, D-Netz, LTE, alles durch und alle Zwischendienste auch noch. Und ich habe also in meiner Laufbahn doch einiges mitbekommen, dass der Uplink so ein kleines verkanntes Genie ist. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, was ist eigentlich der Uplink. Der Uplink bezeichnet letztendlich den Weg von der Mobiltele zur Basisstation. Im Gegensatz dazu gibt es den Downlink. Der Downlink geht von der Basisstation runter zum Mobilteil. Ja, der Mobilteilnehmer sieht dann fünf Balken, vier oder drei oder weniger. Das ist schon mal eine gute Aussage. Nämlich, wenn ich ein paar Balken sehe, dann heißt das ja, dass zumindest meine Basisstation schon mal in meiner Nähe ist. Schon mal nicht grundverkehrt. Jetzt muss allerdings dann das Sendgerät auch noch irgendwie zurück zu der Basisstation. Und das Ganze nennt man Uplink. In unseren Frequenzbereichen, die wir hier in Deutschland und in Europa haben, sind in den meisten Fällen diese beiden Bereiche frequenzmäßig getrennt. Die Basisstation sendet in der Regel im oberen Frequenzbereich. Das ist jetzt mal ein Beispiel Band 8, GSM 900. Hier ist der obere Frequenzbereich von 900 MHz. Das sendet die Basisstation. Und in dem unteren Bereich, der Frequenzbereich, also wir haben ein Unterband, ein Oberband oder heutzutage auch Uplink und Downlink genannt, der Praktikabilität halber, das sendet das Endgerät. Wir haben also, wenn wir von einem Kanal sprechen, bei GSM zumindest, korrespondierende Kanäle. Bei LTE haben die dann wieder andere Kanalnummern, weil dort Uplink und Downlink, die beiden Frequenzen variabel sind. Die sind also nicht so fest wie bei ehemals GSM 900, dass der Kanal 1 den Kanal, sorry, der ist hier, der erste Vodafunkkanal beschreibt im Downlink und gleichzeitig den ersten Kanal im Uplink, der hier an dieser Stelle liegt. Wir haben natürlich noch ein paar mehr Frequenzbereiche, kann man sich bei der Bundesnetzagentur runterladen. Da sind noch nicht die Frequenzen dabei, die nächstes Jahr für 5G verstärkert werden, sondern das sind die, die aus den aktuellen gelaufenen Auktionen gültig sind. Das sind sehr viele. 700 MHz ist das erste, 800 MHz, das ist so der ursprüngliche LTE-Frequenzbereich, wo man mit LTE angefangen hat. Der 900 MHz Bereich, wo klassisch GSM drauf lief, dann ein Band 32, 1,5 GHz, dem fehlt der Uplink. 1,5 GHz gibt es nur einen Downlink-Kanal. Das hat einen Grund, nicht weil man den Netzbetreiber und den User damit ärgern möchte, sondern man muss sich vorstellen, dass ein Endgerät, so ein Smartphone, ja nicht nur Telefonie kann oder Daten kann, also diese ganzen Bänder unterstützt, sondern auch GPS-Empfänger und andere Sachen noch hat. Und wenn ich in diesem 1,5 GHz Band senden würde bei dem kleinen Endgerät, dann würde das den integrierten GPS-Empfänger auf jeden Fall stören, weil der liegt bei 1,5 ein bisschen was und bei 1,7 glaube ich. Deswegen gibt es da keinen Uplink, also das Endgerät kann dort nicht senden. Dieser Frequenzbereich ist nur nutzbar mit Carrier Aggregation. Wenn ich also eine bestehende Verbindung auf einem anderen Frequenzband habe, dann kann das dann, dieses 1,5 GHz Band, dazugenommen werden, um die Downlink-Raten zu erhöhen. Dann haben wir die alten 1,5 GHz, 2 GHz, das ist eigentlich UMTS in Deutschland. Der Frequenzbereich, der vorwiegend für UMTS benutzt wird, noch 2,4 und 3,5 GHz Band 22. Wer sich dafür interessiert, kann sich das bei der Bundesnetzagentur runterladen. Jetzt haben wir erstmal ein kleines Problem. Die Symmetrie, Uplink-Downlink-Symmetrie, Mobilfunk ist kein Broadcast-Dienst, also wir machen keinen Rundfunk- und Fernsehsender. Die können ja mit 5 kW laufen oder 10 oder 500, das ist nicht weiter schlimm. Bei uns müssen wir eben darauf aufpassen, dass wir nur so viel Leistung auch abstrahlen, dass das Endgerät nämlich wieder zurückkommt und das Endgerät macht keine 5000 Watt. Das macht nämlich erheblich weniger, vielleicht 1 Watt. Dennoch haben wir eine kleine Diskrepanz. Wir haben eine Basisstation, die sendet in der Regel mit, ich nehme jetzt mal das Beispiel GSM für andere Frequenzen oder andere Dienste, ist das analog, aber mit GSM, so einen Kanal kann man sehr schön rechnen. Der sendet man normalerweise so mit 10 Watt Top-of-Cabinet aus, dann kommt eine Kabeldämpfung dazu, Antennengewinn, kommen wir gleich zu. Und das Endgerät hat dann eine Empfängerempfindlichkeit etwa von minus 100 dBm. Kann allerdings jetzt gar nicht mit 10 Watt zurücksenden, weil so einen starken Sender hat das Ding gar nicht, sondern sendet allenfalls vielleicht mit einem Watt. Ja, und diese Differenz muss ich jetzt irgendwo auffangen. Die muss ich kompensieren. Ich muss ja hinkriegen, dass die Symmetrie gegeben ist. Und das tut man in der Regel mit einer erhöhten Empfängerempfindlichkeit am Ort der Basisstationen. Ich habe das Bild gleich nochmal. Jetzt habe ich schon angefangen mit dB und dBm. Ich glaube, nicht jeder kann jetzt direkt was damit anfangen. Wir als Techniker reden gerne in dB und dBm, weil wir nämlich nicht nur mit Leistungen im greifbaren Bereich, so 10 Watt, 100 Watt, was zu tun haben, sondern auch mit extrem kleinen Leistungen. An den Empfängern der Basisstationen liegen ganz kleine Signale an. Und wenn ich die dann mit Femto-Watt oder Atto-Watt beschreiben würde, dann könnte sich keiner so richtig die Dimensionen vorstellen. Deswegen reden wir sehr gerne in dBm. Das M dahinter bedeutet, wir haben eine Leistung, die sich auf ein Milliwatt bezieht. Ja, ein Milliwatt, ich nehme jetzt den Laserpointer. Ein Milliwatt sind 0 dBm. Das Zehnfache von einem Milliwatt sind 10 dBm oder 10 Milliwatt. Das Hundertfache, die 2 ist also die Zahl der Nullen, sind ein Hundert Milliwatt. Das Tausendfache, hier das Zehntausendfache, das Hunderttausendfache von einem Milliwatt. Und das Ganze geht auch in den negativen Bereich. Ein Zehntel, ein Hundertstel, ein Tausendstel, ein Zehntausendstel und so weiter. Das dBm, ganz wichtig, beschreibt immer eine Leistung, die etwas warm macht. Ja, jetzt, wenn ich 200 Watt auf den Abschlusswiderstand gebe, dann merke ich das schon, dass das warm wird. Wenn ich das Ganze tue mit einem Femto-Watt, dann wird er jetzt auch ein bisschen warm, ein klitzekleines bisschen. Ja, aber es ist dennoch eine Leistung. Das dB ist jetzt was Relatives. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Verstärker baue, der 3 dB Verstärkung hat, ja, dann würde der 1 Watt zum Beispiel auf 2 Watt verstärken oder würde 10 Watt auf 20 Watt verstärken, wenn er es kann. Ja, das Ganze geht auch negativ. Ein 3 dB Dämpfungsglied. Er dämpft halt um die Hälfte ab. Und dann haben wir noch diese so größere Sprünge, 50 dB oder 100 dB. Und diese Werte, die werden wir gleich nochmal benutzen, indem wir jetzt dieses Funkfeld uns nochmal anschauen, das wir eben gerade hatten. Und das wird jetzt noch ein bisschen komplizierter. Wir haben eine Basisstation, die hat 10 Watt Top of Cabinet. Dann kommt eine Kabeldämpfung dazu. Je nachdem, wo das Radio hängt, als remontet oder nicht. Ich habe da mal so 2 dB angenommen. Dann kommt der Antennengewinn dazu. Der Antennengewinn, der führt dazu, dass ich nachher eine effektiv radiated power habe. Effektiv abgestrahlte Leistung, ERP. Die ist dann etwas höher wie die Basisstationenleistung, aber die ist ja nicht tatsächlich da. Das ist wie, wenn man eine Taschenlampenbirne nimmt, mit 0,6 Watt und bündelt den Strahl dann genau auf jemanden und der schaut sich den Strahl an und dann wird das ziemlich hell. Das ist ein Vergleichswert. Also so ein Antennengewinn bei uns würde dann, oder Mobilfunk würde dann heißen, für den Kunden sieht das aus wie 400 Watt, wenn ein Isotobenstrahler da hängen würde. Also wenn es ein Kugelstrahler wäre, ist aber keiner. Letztendlich kommen aus der Antenne tatsächlich nur 2 dB Kabeldämpfung, also weniger als 10 Watt kommt da tatsächlich raus. So, dann habe ich eine Funkfelddämpfung, 156 dB schaffen wir so bei GSM maximal. Das sind, wenn man es ausrechnet, etwa so 1000 Kilometer. Geht jetzt schon mal nicht mit GSM, weil ab etwa 30 Kilometer, da schlägt die Laufzeit zu. Und das Endgerät sendet jetzt quasi zurück über denselben Funkweg mit 156 dB Funkfelddämpfung über die gleiche Antenne mit dem gleichen Antennengewinn zurück, auch durch das Kabel runter zu der Basisstation und kommt dann damit, wenn es halt mit einem Zehntel der Leistung sendet, auch mit einem Faktor 10 schwächer an der Basisstation an. Die Basisstation kann das empfangen, weil wir haben am Ort der Basisstation haben wir elektrischen Strom. Wir können dort aufwendigere Empfänger bauen. Ja, so ein Empfänger in einem Smartphone, der hat eher die Aufgabe, dass er keinen Strom braucht und möglichst klein ist. Also diesen Zwang haben wir an der Basisstation nicht. Und außerdem haben wir an der Basisstation seit GSM mindestens zwei Antennen. Das sogenannte RX Diversity. Wir empfangen also das Endgerät über zwei Antennen und damit kann ich zum Beispiel unterschiedliche Laufzeiten ausgleichen. Das Ganze geht dann über Vorverstärker, Mischer, Filter, Software-definiertes Radio, Demodulation in der Post-Processing rein. Wie gehe ich jetzt mit diesen beiden Signalen um, die von diesem Endgerät kommen oder die ich mit meinen beiden Antennen empfange? Da gibt es letztendlich so ganz vom Groben her zwei Möglichkeiten. Entweder, also in dem Post-Processing mache ich dann einen Umschalter, der dann auf den Pfad umschaltet, wo das Endgerät noch am besten zu hören ist. Da muss natürlich jemand diesen Schalter betätigen, eine Software. Der Vorteil bei dieser Methode ist, wenn einer der Empfangspfade gestört ist, jetzt zum Beispiel ein hohes Rauschen empfängt, woher auch immer, da sehen wir gleich noch, woher es kommen kann, dann kann ich den wegschalten. Da ist die Bitfehlerrate hoch, da sehe ich mein Endgerät nicht und kann auf den anderen umschalten. Letztendlich, wenn ich aber immer nur einen Antennenpfad benutze zum Empfangen, ist die Gesamtempfindlichkeit nicht so hoch. Da gibt es die andere Variante, dass ich das Ganze in irgendeiner Form addiere, diese beiden Antennensignale, und die zusammenführe und damit ist die Gesamtempfindlichkeit hoch. Wenn allerdings eine von diesen beiden Antennen irgendwie ein Problem hat und eine Störung empfängt und die andere ist sauber, dann geht die komplette Zelle trotzdem nicht. Das ist ein bisschen philosophisch. Der eine Systemtechnikhersteller macht so, der andere so. Der Uplink hat auch noch ein paar andere Feinheiten oder ein paar Tricks. Einen Uplink zu managen ist erheblich einfacher als wie im Downlink. Im Downlink kann ich sagen, hallo Endgerät, ich habe Daten für dich. Und dann sagt das Endgerät, ja, lass kommen. Und dann fließen die Daten. Der BTS weiß selber, welche Ressourcen sie hat und kann die dann quasi einfach belegen. Muss nur dem Endgerät sagen, wo es zu hören hat. Das kann durchaus gleichzeitig passieren. Im Uplink habe ich immer das Problem, mein Endgerät möchte Daten senden, möchte einen Call aufbauen, möchte irgendwas machen. Jetzt muss der Node-B erst mal schauen, wo habe ich überhaupt Ressourcen? Jetzt sind wir Uplink frei und muss diese auswählen und muss dann diese Ressourcen dem Endgerät geben. Der sagt also, liebes Endgerät, bitte benutze die und die Ressourcen, die und die Frequenzen für die und die Dauer. Oder ich sage dir in zyklischen Abständen, wie die Ressourcen zu ändern sind. Wenn das Endgerät dann plötzlich mehr Daten hat oder früher fällig ist mit seinen Daten, dann muss es das auch wieder signalisieren. Also das Handling der Uplink-Ressourcen ist bedeutend aufwendiger als wie im Downlink. Gut, zur Abwechslung, bevor wir jetzt auf die Störquellen kommen, ein paar Antennen von innen. Erst mal von außen, es gibt da verschiedene Antennentypen, die man mit Bülfunk benutzen. Das sind diese alte Heugabelanordnung mit Rundstrahlantennen. Da hatte man auch schon zwei Erics oder zwei Empfangsantennen, die waren häufig nach unten abgehangen, weil nach oben kriegt man sie nicht unter, da wäre kein Platz für die Senderantenne gewesen. Oder so Rundstrahler, das sind allerdings Antennentypen, die finden mal in Feuerwildbarn kaum noch, Gott sei Dank, weil die können keine Sektoren, die Ausleuchtung ist nicht so besonders toll. Man benutzt heutzutage Felderantennen und diese Felderantennen haben dann auch in einem Gehäuse mindestens zwei Antennen eingebaut. Heute sind das dann noch für mehrere Frequenzen mehrere und diese beiden Antennentypen oder diese beiden Antennen in diesen Feldern, die sind überkreuz polarisiert. Man macht also Rx Diversity nicht mehr über einen Raum Diversity mit zwei Antennen, die an verschiedenen Positionen stehen, sondern man macht ein Diversity über die Polarisationsebene. Wenn auf dieser Polarisationsebene noch was ankommt, dann brauche ich auf der anderen nichts mehr zu hören. Der Blick von innen ist, so eine Antenne sieht man normalerweise, wenn sie draußen hängen, nur mit dem Gehäuse drumherum. Es ist viel drin, so Antennenelemente und Kabel auf der Rückseite. Das ist eine Multibandantenne, eine Dual-Bandantenne. Diese Kästen, die da dran sind, das sind Phasenschieber, denn so eine Antenne, die soll ja nicht nur, dieser Kasten hier, die soll ja nicht nur das Funkfeld ausleuchten, sondern ich möchte die als Netzbetreiber in Zukunft dann vielleicht auch lasterhängig absenken. Das wäre so wie, vorstellbar wie im Auto, wenn ich das Rädelchen vom Abblendlicht drehe, dann geht das hoch oder runter. Genauso kann man sich auch so eine Ausleuchtung von so einer Funkzelle vorstellen, müsst ihr euch einfach vorstellen, ihr nehmt euer Auto mit aufs Dach, macht das Licht an und das, was hell ist, das funkt und wo es dunkel ist, geht es nicht mehr, also geht es schlechter. Jetzt ist Licht natürlich von der Frequenz erheblich höher und ist viel besser fokussierbar, aber das ist so eine Antenne von innen, also es ist ein Haufen Zeug drin. Die modernsten Antennen, die haben dann halt ganz viele Anschlüsse für die ganzen Frequenzbänder, man möchte halt auch die Windlast und das, was am Mast aufgebaut wird, möglichst gering halten und deswegen benutzen wir die Antennen mit der Möglichkeit, dass ich dort möglichst viele Frequenzbänder unterkriege. Gut, wenn ich jetzt die Zellgrößen betrachte, was wir sehen am Endgerät, sehen wir die Downlink-Zellgröße. Die hat eine gewisse Ausleuchtung, das sieht der Kunde an den Balken, da habe ich zu Anfang schon erwähnt, wenn Balken da, dann ist das schon mal grundsätzlich nicht schlecht. Die Zellen sagen dann auch, liebes Endgerät, wenn der Pegel unter einen gewissen Wert fällt, das berichten diese Zellen in den Broadcast-Channel bei GSM standardmäßig minus 106, 3G 116 und LTE 122, minus 122, dann verlasse bitte die Zelle, da ist quasi dann sozusagen das Ende des Downlinks. Das kann schon früher sein, das Ende des Downlinks, wenn nämlich das Endgerät gar keine minus 106 dB Empfindlichkeit hat und im wenigsten haben das, dann hört das Endgerät halt auf oder sagt, die Zelle ist hier zu Ende, wenn es den Broadcast-Channel eben nicht mehr dekodieren kann. So und dazu passen muss natürlich jetzt auch die Zellgrenze von dem Uplink, ja die darf nicht kleiner sein. Wenn sie kleiner ist, dann nützt mir die Versorgung da in diesem Bereich mit dem Telefon, mit dem Roten Kreuz gar nichts, die ich im Downlink habe, wenn ich nicht zurückkomme. Ja und dieses, dieser Weg zurück, ja der muss halt, erstmal habe ich ja meinem Endgerät weniger Leistung und die Antenne hängt hoch, die kann sich irgendwelche Störungen einfangen, die schaut über ein komplettes Stadtviertel hinweg und kann sich da möglicherweise alle möglichen Störungen einfangen. Für eine konstante Störung kann man das sogar ausmessen, ein bisschen mühselig, aber man kann da so einen Wert rauskriegen, um wie viel dB der Uplink kleiner ist, als der Downlink, sollte man natürlich irgendwie vermeiden. Eine gesunde Zelle hat sowas nicht, aber wenn eine Zelle irgendwie gestört ist oder irgendwas, irgendein Problem hat, dann kann der Uplink schon kleiner sein. Was dann passiert, ja wenn ich einen Call aufbauen möchte, ja sehen wir hier, ich mache also einen abgehenden Mobile Originated Call, einen abgehenden Ruf, ja das Endgerät macht ein Access auf die Basisstation, möchte sagen, ich hätte gerne einen Call, aber der schlägt irgendwie viel, weil der Empfänger gestört ist, weil der Empfänger taub ist, dann versucht das Endgerät das noch ein paar Mal und wenn das immer alles fehlschlägt, ja dann, weil da keine Antwort kommt, dann gehen moderne Endgeräte hier und machen ein Call-Setup über eine andere Zelle. Also der Kunde merkt das wenig, außer dass der Rufaufbau ein bisschen länger dauert, bei Notrufen kann dann sogar das Netz ausgewechselt werden, also dann nicht mehr auf dem Heimnetz der Notruf abgesetzt werden, sondern über ein ganz anderes Netz. Ja, wenn da die Zelle reagiert, Acknowledge macht, dann war dann der Call-Setup erfolgreich. Also für gehende Verbindungen gibt es da so Rettungsmöglichkeiten, wenn der Ablink nicht funktioniert. Für ankommende Verbindungen sieht das ein bisschen anders aus. Ein Endgerät ist in einer Zelle, hat also die Einlog-Prozedur abgeschlossen, ist im Netzwerk bekannt, dass es in dieser Zelle ist. Jetzt gibt es ein Paging zwar über alle Zellen, aber das Endgerät hört ja nur der einen zu in der Regel. Ja, da gibt es ein Paging. Hallo, es liegt ein Ruf für dich vor und das Endgerät sagt, jo, lass kommen. Aber dieses ja, lass kommen, hör die Basisstation nicht, ja, dann wiederholen wir das nochmal. Wenn es die Basisstation wieder nicht hört, dann war es das. Dann stell die Basisstation fest, das Endgerät war gar nicht da. Ja, das wäre natürlich der ungünstigste Fall. Der Ruf geht dann auf die Mobilbox oder wird abgewiesen. Beim Kunden klingelt das Telefon nicht. Das ist der ungünstigste Fall. Ja, wenn ein Ruf Aufbau fehlschlägt, kann der Kunde immer noch so die Möglichkeiten, die er am Kunden zur Fehlerbehebung bieten, ja, ans Fenster gehen, auf den Berg klettern, Telefon resetten. Das kann er alles machen, aber bei einem ankommenden Ruf weiß er ja nie, ob der jetzt kommt, ja, und wann er kommt und ob das Telefon dann in der richtigen Position ist, dass er ihn annehmen kann. Also da ist es wichtig, dass die Empfänger funktionieren. Kaputte Antennen haben auch noch so einen Effekt, dass die ein bisschen schielen, die über die Frequenz schielen, den Downlink-Frequenzbereich woanders hinschauen lassen als wie den Uplink. Dann wäre halt in diesem Bereich hätte jetzt der Kunde viel Pegel, ja, aber die Basisstation würde ihn nicht hören und hier hätte der Kunde keinen Pegel, aber die Basisstation würde ihn gut hören, hier kann sie nicht hören. Also das sind Antennen, die irgendeinen Defekt haben, wo ein Kabel innerhalb der Antenne reicht schon, wenn das abgebrochen ist oder wenn sich das gelöst hat, reicht schon, um solche Effekte herauszukriegen. Es gibt Störungen jetzt im Uplink, Handgemachte oder irgendwo aus dem Funkfeld, ich unterscheide jetzt in diesem Vortrag zwischen externen Störquellen, also externe Störquellen sind irgendwelche, die im Funkfeld rumstehen, wo ich als Netzbetreiber erstmal nichts dran machen kann, außer die zu suchen und so internen Störquellen, also irgendwie so Sachen, die bei mir in der Basisstation in der Antennenanlage Probleme zu Problemen führen können. Ich fange erstmal mit diesen externen Störungen an. Ja, wie kommen wir überhaupt als Netzbetreiber dazu, sowas zu erkennen? Es gibt da verschiedene, es ist schwierig, weil wir haben ja noch Kunden im Netz und die machen auch Traffic und die generieren auch Pegel und so weiter. Wir müssen also irgendwelche Triggers haben. Da gibt es zum einen mal die Alarmierung, wenn auf dem einen Antennenpfad mehr Empfangspegel vorliegt, als wir auf dem anderen und das statistisch gemittelt über eine gewisse Zeit, das wäre dann ein unnormaler Zustand. Wenn ich zwei Antennen habe, die Rx Diversity machen, dann sollten die ungefähr über das zeitliche Mittel auch so ungefähr den gleichen Pegel abkriegen. Wenn die das nicht haben, gibt es einen Alarm. Das ist dann so ein Rx Diversity oder Impulance Alarm. Das ist dann schon mal das Erste, wo man als Netzbetreiber schon mal gucken könnte, was da los ist. Oder man kann das machen über irgendwelche Performance Tests. Habe ich viele Call Setup Fehler? Habe ich die Modulationsschemen, die im Uplink und Downlink gefahren werden, liegen die so ungefähr übereinander? Das Ganze ist ziemlich schwierig und aufwendig und ist sehr schlecht zu automatisieren. Aber viele andere Möglichkeiten habe ich nicht. Als Netzmanager ein großes oder als Netzbetreiber ein großes Netz darauf hin zu beobachten, ob jetzt eine Störung vorliegt. Wenn ich so eine Störung empfangen habe, dann gibt es einen Trigger und gibt es eine Aktion. Der Field Service wird dann meistens rausgeschickt und der soll mal gucken. Der kann das dann tun mit Spektrumanalysatoren oder mit irgendwelchen Tools. Die zeige ich gleich noch. Und dann geht es an das Beseitigen der Störungen. Da kann man für externe Störungen die Bundesnetzagentur beauftragen, die fern und mit dem Pallwagen hier und suchen dann die Störquelle oder man geht selbst her und jagt diese Störung. Externe Interferer sind zum Beispiel so kaputte Deck-Telefonen oder sowas. Ich habe gleich ein paar Beispiele dafür. Erstmal kann ich an der Seite messen. Es gibt wenn ich einen Trigger bekommen habe Field Service fahre dort raus. Es gibt einige Systemtechnik Hersteller die so eine Art Spektrogramm haben wo ich mit dem OMT also direkt an der Station oder kann ich auch Remote mäßig machen mir so das Uplink-Spektrum anschaue und hier sieht man die weiße Kurve die ist höher als die grüne das ist der gemittelte Empfangswert von der A und der B Antenne also die weiße Antenne die hat irgendwas. Und dann kann man dann ein bisschen näher schauen und die Leistung aus und anschalten und letztendlich fährt dann in diesem Fall das ist eine Intermodulationsstörung hier hinten sieht man zum Beispiel da ist noch ein kleiner 800 MHz Kopfhörer Ja der ist im Bereich der gehört auch nicht hin sowas kann ich dann sehen wenn ich das nicht sehen kann dann muss ich mir irgendwie einen Zugang zu dieser zu dieser Schnittstelle schaffen das geht dann wenn so eine Technik einen Testport hat geht das mit dem Spektrumlaser am Testport da die Baugruppen meistens oben hängen muss ich dann mit dem Spektrumlaser hochkrabbeln da oben gibt es dann auch keinen Strom und wenn es regnet ist es nice und so ja oder wenn ich eine Baugruppe habe die keinen so einen Testanschluss hat dann kann man sich so einen Filter mitnehmen kann das in die Antennenleitung einschleifen das braucht natürlich dann auch wieder Strom da ist ein Verstärker drin und der Speckistrom und so drei Tage mal nach einem Störer da oben suchen das ist nicht so ganz möglich als weitere Methode gibt es für Techniken die unterstützt werden die R4W-Obsal-Methode ich habe zwischen dem Remote Head vom Radio was oben am Turm hängt und dem Systemmodul unten am Boden habe ich eine Glasfaser und auf dieser Glasfaser läuft nicht irgendein IP sondern da läuft das Cypri- oder Obsal-Protokoll und dieses dient dazu ein Frequenzband was von dem Frequenz in den Zeitbereich transformiert wurde über eine Fast-Ve-Transformation zu transportieren und wenn ich dann mich auf die Glasfaser aufstecke und ich da also so einen optischen Splitter hineintue dann kann ich mir ein bisschen Information aus der von oben nach unten gehenden Faser herausholen und wenn ich das gemacht habe dann kann mir ein Messgerät diese Sachen auch anzeigen das sieht dann ungefähr so aus ich sehe dann natürlich nur den Frequenzbereich und die Antenne die ich dann aus diesem Datenstrom ausgewählt habe das ist so das angenehmste was man so machen kann man muss allerdings dafür weil ich ja den Splitter einbauen muss muss man die Zelle kurz außer Betrieb nehmen das ist dann für den Kunden nicht so schön aber die läuft dann nachher wieder ein paar Quellen so aus dem richtigen Leben das ist im GSM 900 Bereich was man da sieht ist ein Wasserfalldiagramm dieses Wasserfalldiagramm zeigt so eine Spektrumanalyse wie hier unten nachher als Historie ja wo blau ist ist halt das Wasser tief oder das Rauschen niedrig und wo es halt gelb und rot wird sind die Pegel hoch ja das kann man sehr gut sehen solche Analysen über Ablinkstörer ohne ein Wasserfalldiagramm sind heutzutage sehr schwierig weil die wenigsten Störungen sehen so aus wie die ja also kontinuierlicher Träger mit einem kontinuierlichen Videosignal das war dann so ein Video Babyphone die eigentlich normalerweise für den amerikanischen Markt gebaut sind die Dinger sind übrigens extrem stark ja die gehen 30 Kilometer weit mein überzeugendes Argument zwecks zur Abschaltung bei den Kunden ist dann immer jeder der so ein Gerät hat kann dann auch durchaus sehen was Infrarot beleuchtet im Schlafzimmer abgeht ja die laufen ja 24 Stunden was immer ein Argument war sowas dann eben nicht mehr zu benutzen hat bisher immer funktioniert was auch eine Störung ist sind irgendwelche aktiven Antennen ja aktive DVPT Antennen wenn die halt gut in der Sonne stehen und schön heiß werden dann fangen die plötzlich an so einen wunderschönen Träger zu produzieren der dann über das Frequenzband wandert und ja je nachdem wie die Sonne steht dann mal bei dem Mobilfunkbereich vorbeischaut oder eben nicht auch eine Störung sind verirrte Deck-Basisstationen ja heutzutage binden ja viele Leute ihre Deck-Basis ihre Deck-Handhelds an irgendwelche anderen Basisstationen und benutzen dann halt diese Ladeschale die ja eigentlich noch einen Deck-Sender beinhalten nur zum Laden und wenn die dann halt ein bisschen kränklich sind dann meinen sie dass sie irgendwo in einem ganz anderen in einer ganz anderen IAU-Region wären also da wo sie geboren wurden in der Regel und das passt dann eben nicht so ganz mit Unhandfrequenzbereichen und die treffen wir dann im UMTS-Bereich sehr häufig wieder an Vodafone hat er sehr viel Spaß mit wie jetzt nicht so ja man kann sie gut sehen also sie haben einen wunderschönen Fingerprint ja wenn man im Sirusband-Modus sich das Ding anschaut dann kommt ja alle 0,1 Millisekunden kommt ein Burst und dann kann man von ausgehend nicht suchen Decked ja das sehe ich sofort schon wenn ich brauche man gar nicht an den Turm zu fahren sondern kann dann sich gleich auf die Suche nach dem Deck machen ist übrigens relativ einfach die Dinger sind ziemlich stark was ein bisschen schwieriger ist sind so APs irgendwelche WiFi Access Points die entweder Nebenaussendungen machen oder sich im Land geirrt haben deswegen ja die machen halt nicht so ein schönes Signal sondern man sieht eben dort Pulse das ist ein OFDM-Signal und das macht sich dann im Wasserfalldiagramm häufig so als so eine Treppe bemerkbar und dann kann ich schon sehen das gehört hier nicht hin und wenn ich dann auch wieder ein Sirusband mache ich gehe also auf die Signal schalte den Span von irgendwas auf 0 um dann habe ich eine zeitliche Darstellung dann erkenne ich die dass die alle 50 oder 100 Millisekunden pulsen und dann weiß ich A ich suche irgendwas mit WiFi zu tun hat oder auch sehr gern genommen vergessene Hausantennenverstärker freundlicherweise machen die wieder einen schönen Träger ja der allerdings häufig auch verrauscht ist und weil die Dinger ja dann freischwingen ist ein Verstärker Oszillation die wandern auch halt über die Frequenz das heißt die sind möglicherweise heute da und morgen sind sie dann irgendwo anders hingewandert aber die gibt es relativ häufig ja die Leute sind immer ganz verwundert wenn ich dann sage da oben da muss ich hin und die wundern sich dann ach guck da ist er ganz vergessen genau das letzte was ich hatte war so ein drahtloser Telefon es ist ein drahtloser Kopfhörer die sind ja etwas oberhalb vom LT800 Megahertz Bereich normalerweise und wenn die anfangen zu spinnen dann machen die hier so ein so ein übles Spektrum was dann leider Gottes eben den Ablink der Basisstation so beeinflusst und dieses Spektrum hat dazu geführt dass die Voice Qualität in LTE gehend also der Funkteilnehmer merkt davon selber nichts sondern die andere Seite dass die halt ziemlich mies war ja noch was so eine Kamera es gibt Kameras mit irgendeiner Anbindung kann auch Wi-Fi gewesen sein die rauschen was das Zeug hält ja und da hinten da steht der Turm Line of Side der guckt wo ist mein Punkt der guckt da genau auf diese Kameras drauf ja schalten wir jetzt so 20 Kameras an der Tankstelle ab wo die ihre Sicherheit drauf aufbauen was ich auch mal hatte waren Testsender die von irgendeinem Subunternehmer hingestellt wurden da kann man wenn man die richtigen Frequenzbereiche benutzt dann so eine Versorgungsmessung mitmachen ist durchaus okay wenn ich die allerdings dann in den Uplink-Bereich hineinstelle ja und die Frequenzen senden im Uplink und da ist dann die Basis-Stationsantenne dann ist der Empfänger etwas übersteuert also man kann schon mal einiges erleben jetzt kommen wir zu dem etwas kritischen Kapitel nicht lizenzierte Repeater oder nicht zugelassene Repeater in Deutschland ist die Rechtsprechung so dass nur der Netzbetreiber senden darf ja jetzt ist der Begriff senden beinhaltet in Deutschland auch das Verstärken also wenn ich dann eine eine Basis-Station aufnehme und verstärke die dann dann gehört das auch mit dazu deswegen sind diese Dinge eigentlich bei uns verboten zu Recht es gibt Gute und Schlechte ja die Schlechte kann man bei Ebay kaufen kosten auch nicht viel und die sind deswegen eben schlecht weil die rauschen die rauschen wirklich und wenn jemand so ein Repeater bei sich im Betrieb hat und weiß nicht was er dort tut irgendwann stehen wir vor der Tür oder die Bundesnetzagentur wenn der irgendwelche Nebenaussendungen macht weil in der Regel richten die Leute den ja mit ihrer Außenantenne direkt auf die Basis-Station aus das ist dann schon mal genau getroffen es gibt dann auch professionelle Installationen von solchen Repeater-Anlagen hier so zwei Antennen MIMO-mäßig gucken direkt auf dem Blech war auch am Schwingen das Ding man könnte jetzt sagen passive Repeater ja da mache ich nichts falsch stimmt kann man bauen habe ich mal ausgerechnet wenn ich also so einen normalen relativ guten Empfang Außen habe und möchte dann im Keller vielleicht noch irgendeine Versorgung hinbringen ja dann geht das schon aber ich darf mich mit meinem Endgerät nicht allzu weit von meiner Kellerantenne entfernen so ein Meter und danach wird es schwierig weil ich habe zweimal die Funkfelddämpfung drin in dem Foliensatz ist hinten im Anhang noch so eine Funkfeldberechnung drin da kann man dann relativ gut wenn man sich so ein Bild mal nach die verschiedenen Funkstrecken ausrechnen und kann man wenn das DB nimmt dann aufeinander zählen einfach addieren und dann kommen wir auf solche Werte auch ein übles Thema sind Jammer oder Handykiller normalerweise soll ja ein Handykiller im Downlink stören also das soll die Downlink Signale einer Basisstation stören sodass die Endgeräte die sich jetzt in der Nähe befinden kein Netz mehr finden also die die Podcaststände nicht mehr dekodieren können leider Gottes sind diese Dinge in der Regel nicht so teuer sodass die halt nicht so scharfe Filter drin haben das heißt die gehen auch runter in den Uplink ja die hört man dort auch ganz gut und so ein Jammer ist durchaus ziemlich stark und die Netzbetreiber kriegen das mit wenn der im Uplink stört das ist dann für den Betreiber des Jammers nicht so besonders schön weil das ist dann gleich vom Staatsanwalt wenn die Bundesdienstagentur da ist dann kostet das 1500 Euro ist mein letzter Stand einfach für den Einsatz der Bundesnetzagentur und den Rest entscheidet ein Staatsanwalt also vorsichtig damit kann man auch gut kaufen ja gibt's Handy-Killer bei einigen Webseiten ich hab mal so ein bisschen gegoogelt steht da noch nicht mehr dabei dass man die eigentlich nicht betreiben dürfte sollte ja bei einigen steht's dabei ähm ich würde also von dem Betrieb von solchen Handy-Killern abraten ja also insbesondere wenn man dann eine eine Gegend trifft wo also auch noch Publikum draußen rumläuft im Keller unten wenn ähm ich einen abgeschirmenen Keller habe kann ich im Prinzip machen was ich will aber so wenn ich dann irgendwelchen öffentlichen Grund betrete damit störe dann ist es nicht so gut so Interferenz-Suche wie komme ich jetzt auf die Interferenz hin wenn ich irgendwie festgestellt habe da ist ein Störer drauf ich sollte mir irgendwie schon mal eine Vorstellung machen wo jetzt eigentlich meine Störquelle sitzen kann das ist ganz gut wenn man zur Antenne hoch geht und mal so über die drüber peilt ja wo könnte jetzt die Störquelle sitzen ähm damit man schon eine Vorstellung davon hat ähm ich persönlich fahre dann mit einem mit einer Rundstrahlantenne oder mit einem mit einer omnidirektional empfangenden Antenne durch die Gegend das ist die kleine die empfängt dann nicht nur horizontal sondern die empfängt auch ein bisschen was wenn ich durch einen Straßenzug durchfahre auch aus den oberen Stockwerken und erst dann wenn ich die Störquelle gefunden habe also mit so einem mit dieser mit dieser kleinen Antenne dann gehe ich hierher und gehe mit einer Richtantenne bei und suche wo die Störquelle sitzt ähm die Bundesnetzagentur macht das ein bisschen anders die hat auch ein paar bessere Mittel als ich ich habe ein Spektrum leiser und eine Antenne aber damit funktioniert das durchaus auch ja für den Hausgebrauch ja Spektrum und Saturen sind relativ teuer kann man sich dann so einen RF Analyzer mit so einem RTL Chip bauen das ist der kleinste Spektrum Laser den ich zu Hause habe wobei der von der Empfindlichkeit auch entsprechend klein ist also ziemlich mies aber er funktioniert funktioniert allerdings auch nur so zwischen 70 und 70 MHz und 1,7 GHz weil diese Sticks halt nur dafür gebaut sind Frederike hat ja was gemacht vorgestern war ein Talk über STRs gut für einen Rechner gibt es ein bisschen größere Sachen ich nutze selber STR Sharp oder RSby da sieht man dann bei LTE im Downing sogar die die einzelnen Subcarrier ja oder halt andere Sachen RedPiata HackerF und so weiter kann man alle dafür benutzen zum Teil könnt ihr auch senden ich habe noch ein Thema Passive Vöne Modellation beschäftige ich mich seit 25 Jahren mit Passive Vöne Modellation ist eine quasi Störung die nicht extern ist sondern die in der Antennenanlage passiert und ist abhängig von der Leistung eine passive Modellation kommt daher zustande dass wir heutzutage fast ausschließlich mit gemeinsamer Sende-Empfangs-Antenne arbeiten also Mobilfunk geht im Downlink mit einer relativ hohen Leistung hoch in Richtung Antenne mit der gleichen Antenne mit dem gleichen Kabel empfangen wir dann ganz schwache Mobilfunksignale und diese ganz schwachen Signale die sind halt durchaus 150 db schwächer als wie mein Sendesignal also 150 und mehr das ist eine Zahl mit 15 Nullen also die Differenz ist gewaltig und wenn sich dann durch diese Downlink Leistung irgendwas im Antennenpfad bildet ja das gibt Mischung oder Corona Effekt eben durch solche vergammelten Stecker gerissene Kabel und sowas dann kann es dazu führen dass ich meine dass ich im Ablingenplätze ein Störsignal habe oder ganz viele Störsignale hier sieht man so die beiden das sind Mischungen die kann man ausrechnen das sind diskrete Frequenzen hier ist ein Mischprodukt und da ist ein Mischprodukt mit abdehnender Ordnung werden sie schwächer und was hier als breites Rauschen zu erkennen ist oder hier unten als breites Rauschen zu erkennen ist das ist so eine Art Corona Effekt da fehlt mir allerdings noch so ein bisschen die physikalische Erklärung dazu eine Mischung kann man relativ einfach erklären man braucht eine unlineare Widerstand am besten eine Oxidschicht auf dem Stecker das ist dann so ein unlinearer Widerstand der hat eine spannungsabhängige Übertragungsfunktion und wenn so etwas eine verbogene Übertragungsfunktion hat dann bilden sich damit quasi Oberwellen diese Oberwellen kann man gut ausrechnen oder Mischprodukte kann man gut ausrechnen erstmal zwei Grundfrequenzen Frequenz 1 und 2 und dann bilden sich dann dritter Ordnung fünfter Ordnung siebte Ordnung können sich dann Intermodulationsprodukte bilden und die können sich teilweise sogar überlappen wenn unser AT-Signal 20 MHz breit ist werden die Intermodulationsprodukte natürlich auch 20 MHz mindestens breit ich Fall gemessen hier befindet sich der Broadcast Channel da und hier befindet sich ein Traffic Channel auf der gleichen Antenne und wenn ich die beiden nehme dann ist equidistant nach unten das IM3 sehe ich jetzt nicht weil es nicht durch den Empfangsfilter passt von der Basisstation gemessen hier habe ich das IM5 das IM7 das IM9 das sehe ich dann wieder bei mir in der Basisstation das IM11 das IM13 und das IM15 da waren schon mal kaputt aber man kann das hervorragend sehen das ist ein Beispiel aus dem Lehrbuch für eine Mischung für so eine Intermodulation bei Breitensignalen bei GSM geht das noch der Kanal ist relativ schmal bei Breitensignalen werden natürlich die Mischprodukte dann noch viel breiter man kann die kaum noch miteinander das zweite ist der Corona Effekt also dieses Aufrauschen unten da beobachte ich dass dieses Rauschen besonders dann passiert wenn ich gerissenes Kupfer habe wenn ich scharfe Kanten und sowas in meiner Antennenanlage drin habe oder Späne im Stecker oder Bauschaum in einem Stecker geht auch so brandhemnder Bauschaum an diesen scharfen Kanten bildet sich dann offenbar so eine Ionisation wobei eine Ionisation wenn die Elektronen da von dem Atom wegfliegen und kommen wieder zurück das kann es eigentlich nicht sein weil die ausgestrahlte Frequenz sind keine 900 MHz also es kann eigentlich nur was anderes sein oder ich tippe auf eine Kernresonanz aber wenn jemand Ahnung hat oder jemanden kennt der Ahnung hat kann gerne mit mir Kontakt aufnehmen um dieses Phänomen nochmal zu erklären das kann dann durchaus so aussehen dass wir eben solche starken Rauscherhöhungen haben wenn so eine Intermodulation auf LTE ist also diese Antenne die empfängt außer ihrer eigene Intermodulation kommt noch was gut auf verschiedenen Frequenzbändern gibt es auch Intermodulation wenn ich zum Beispiel das Telekom Band nehme und schaue wo die Intermodulationsprodukte bei 900 MHz hinfallen dann fallen hier die IM7s rein ist okay sind ein bisschen schwächer als die IM3 wenn ich allerdings eine Multiprovider Antennen Anlage betrachte dann sieht das Ganze anders aus da haben wir dann Frequenzen ganz unten Frequenzen ganz oben die sich miteinander mischen können das heißt hier die Netzbetreiber Telekom und Vodafone bei einer Multiprovider Anlage die kriegen die Intermodulationsprodukte der dritten Ordnung ab die sind die stärksten ich habe ein bisschen was gegen so Multiprovider Anlagen weil die halt diese Gefahr bergen ich habe noch so ein bisschen was mit einem Smartphone wie ich jetzt diese Uplink Downlink Symmetrie mit dem Smartphone auch für zum Nachhause nehmen zu Hause mal prüfen zu Hause mal checken ob die Uplink Downlink Symmetrie funktioniert das habe ich jetzt für drei verschiedene Dienste oder für drei verschiedene Sachen für GSM UMTS und LTE mal aufgeschrieben das erste ist ich muss erstmal einen dezidierten Call aufbauen also keine Datenverbindung weil eine Datenverbindung ja wenn viele Daten gesendet werden dann geht die Sendeleistung des Sendgerätes natürlich hoch ich brauche eine schöne Verbindung am besten einen Voice Call und wenn ich den Voice Call aufgebaut habe ja dann kann ich bei GSM zum Beispiel in dem Monitor vom S7 also diesen Samsung Geräten kann ich hier einen Empfangspegel sehen ja und meine Sendeleistung und wenn ich das hat natürlich hängen ein paar Parameter der Netzbetreiber mit dran aber man kann das durchaus so machen wenn man die gleichen Parameter hat wie wir dann haben die meisten dann korreliert das je schlechter mein Empfangspegel ist wo ich bin umso stärker muss ja mein Endgerät zurücksenden auf dem Rückweg ja wenn man das dann in der Tabelle ausrechnet dann kommen man auf solche Werte das Ganze geht auch mit UMTS da betrachten wir den CPI den Common Pilot Channel das ist in UMTS so quasi der Pilotkanal der die Feldstärke von der UMTS Zelle angibt und hier befindet sich dann die Sendeleistung und bei UMTS korreliert das eins zu eins das ist ein Wesen von UMTS also da kann man als Netzbetreiber nicht viel dran rumschrauben sondern das ist bei UMTS so bei LTE geht das auch da habe ich noch die Sachen von LTE mit den Referenzsignalen wir gehen jetzt einfach mal davon aus dass wir ein Referenzsignal messen können ein Referenzsignal bei LTE sind so etwa 15 dBm das ist nicht viel aber das ist ja nicht nur eins sondern ganz viele deswegen sind die Empfangspegel auch sehr niedrig und wenn ich diesen Empfangspegel von den Referenzsignalen nehme und dann mit meiner Sendeleistung korrelieren lasse dann kann ich auch so ungefähr schauen ob der Empfänger der LTE Basisstation nach dieser Tabelle funktioniert natürlich kann das Endgerät keine 50 dBm ja ich habe das ausgerechnet und muss man natürlich dann sinnvolle Werte rausmachen so das war mein Talk zum Uplink und den Problemen und Störungen die dort auftreten können und wie man so ein bisschen auch mit Hausmitteln drauf schauen kann ob das alles okay ist bedanke mich fürs Zuhören und habe jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen gibt es denn Fragen kann ich mal Saallicht haben dann fangen wir direkt mit dem Mikrofon eins an würde ich sagen sagen wir mal ich habe jetzt rausgefunden über zum Beispiel diese App oder diese Analyse die wir gerade gesehen haben dass da was nicht stimmt wie melde ich das denn am besten weil der First Level Support mich meistens eher abwimmeln möchte mit ja dein Endgerät ist halt scheiße oder sowas die gehen natürlich erstmal von den normalen Kundenproblemen aus SIM-Karte kaputt und so weiter Endgerät nicht eingeschaltet wenn man mit ihr lacht wenn man mit genügend Informationen kommt und denen erklärt ich habe dies und das festgestellt dann geben die das auch an viel Service eher weiter und die Acht bitte da hinten habe ich das vorhin richtig verstanden dass das Netz dem Telefon sagt ab wann die Qualität nicht mal ausreichend ist und das Telefon also die Zelle verlassen soll es gibt ja fast es gibt da ganz viele Sachen beim Mobilfunk aber das wichtigste was ich eben vorhin erzählt habe war die Zelle sagt wenn du mich mit dem Empfangspegel von zum Beispiel GSM-106 empfängst dann ist es noch okay wenn du einen Empfangspegel von mir hast von Minus 107 dann verlasse mich das ist ein Parameter der steht im Broadcast Channel meines Erachtens sind diese Werte viel zu niedrig angesetzt aber die sind europaweit so das sind Empfehlungen von den Systemtechnik Herstellern war das die Frage bedeutet das dass quasi das Netz bestimmt wie viele Balken am Telefon angezeigt nein nein dass man das Telefon selbst die Balken die generieren sich aus dem Asu Wert und da macht jeder Endgerätehersteller so seine fast eigene also der 5 Balken haben wir durchaus bis einen relativ schlechten Pegel also bis etwa minus 80 dbm und dann geht das dann runter bis auf 1 es gab früher bei GSM Basisstationen die haben dann mit 50 Watt gesendet besonders an den Grenzen hat man die gerne eingesetzt um die Rome zu fangen und da muss man natürlich darauf aufpassen dass dann die Endgeräte auch nicht jetzt bis ganz hinten bis die Zelle ganz schlecht ist weil dann kommen sie im Leben nicht mehr zurück sondern da hat man diese Einbuch Grenzwerte erhöht die standen auf minus 98 dbm oder sowas um das zu kompensieren und das hat dazu geführt dass der Kunde zwei Balken hatte und dann nach den zwei Balken war dann gleich null wir haben eine Frage aus dem Netz sind euch schon mal im see catcher aufgefallen beziehungsweise kann man diese aufspüren ich habe noch keinen aufgespürt handy killer jammer die von den Behörden für Sicherheit aufgestellt wurden schon ja aber im Secret schon noch nicht die kann man auch schlecht sehen die machen keine Ablenkstörung Mikro 7 bitte was für Befugnisse hast du die Störquellen abzuschalten gerade wenn sie im Privathaushalt zu finden sind ich persönlich als Mitglied eines Netzbetreibers habe gar keine Befugnisse ich kann freundlich klingeln und sagen bei jedem im Dachgeschoss da ist wahrscheinlich ein Verstärker der nicht läuft und dann können die Leute mich reinlassen oder nicht meistens meine Erfahrung ist sie lassen mich rein sind sehr freundlich in der Regel erstaunlicher Weise Dankeschön auch allen bisher Besuchten weil die meisten Leute wissen gar nicht was 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 davor geht dass sie überhaupt so ein Teil haben und dass das Störungen machen könnte da wo ich nicht reinkomme oder wo es schwierig wird das ist ein Anruf bei der Bundesnetzagentur und je nach Schwerefall stehen die dann innerhalb von ein paar Stunden da zur Not auch mit der Kripo die eins bitte wie ist denn das eigentlich mit so selbst gebauten Antennen und so was also wir bewegen uns ja mit WLAN durchaus auch nah an Bereichen wenn Leute da Antennen falsch bauen oder sowas könnte das ein Störer sein kommt das vor ne das habe ich noch nicht gehabt wenn dann ist es es tatsächlich die Hardware die in den Geräten spinnt die dann plötzlich auf Frequenzbereichen rumsteckt WLAN darf sowieso noch mit 100 Millivatt ERP gefahren werden das heißt so eine Richtantenne ist sowieso ein bisschen dubios aber gestört haben sie bei uns noch nie also allein die Antenne oder die Tatsache dass eine Antenne dran ist nein und Mikro 5 bitte noch eine kurze Frage wir haben Bilder gesehen so mit 8 12 Antennen dran da sind vielleicht nochmal 3 4 5 drin was ich bis heute nicht verstanden habe wie viele aktive Verbindungen kann man damit fahren also wird dann eine Subantenne mehrfach verwendet oder wie kann man sich das vorstellen man hat ja teilweise tausende von Leuten die da drin hängen wie viele Verbindungen kann ich fahren eine gute LTE Zelle schafft durchaus 100 gleichzeitige Datenverbindungen nahezu unendlich viele passive Endgeräte nicht unendlich viel aber eine sehr hohe Zahl also wenn wir jetzt alle hier im Raum sitzen und machen keinen Traffic dann sind wir ja quasi nur ein Datensatz mehr nicht es ist unheimlich schwierig UMTS schafft zum Beispiel auf den 5 MHz auf so einem 5 MHz Kanal rein theoretisch etwa 120 Calls so 105 MHz 120 Calls kann man sich dann ausrechnen wenn ich eine LTE Zelle mit 20 MHz fährt ein paar mehr so ungefähr die Größenordnung da wir allerdings High Quality Voice machen dann brauchen wir ein bisschen mehr Datenplatz reduziert sich die Zahl wieder ein bisschen das kann man als Netzbetreiber allerdings dann adaptiv machen das heißt wenn ich viele Calls habe was bei LTE gar nicht so der Fall ist weil die Daten sind das Problem dann kann ich dann halt die Qualität der Calls runtersetzen das macht die Systemtechnik automatisch dann um dann Platz zu schaffen für Daten aber es wird eigentlich kaum noch die Telefonie ist eigentlich relativ unwichtig Daten ist wichtig wenn Datendienst ausfällt das eher oder man als wie wird ein Voice weg ist ganz weit draußen ist Mikro Nummer drei ja ich frage wegen dem Polizeipunkt der denn teilweise auch Ähnlichkeiten seitens der Schwierigkeiten hat und dann der vor allem auch auf der technischen Seite zum Beispiel dem die Polizisten mehr Sendeleistung zur Verfügung haben und dergleichen nochmal der Polizeifunk und der hat was für Techniken inwiefern dort die Störempfindlichkeit eine ähnliche Sache ist und ob man da zum Beispiel durch Sendeleistung entgegenwirkt bei Veranstaltungen etwa ne mit Sendeleistung im Downlink nütze ich wenn ich die Sendeleistung erhöhe dann mache ich dadurch keine Kommunikationsverpässe also letztendlich außer ich muss dann hinten vielleicht die Einbrückgrenzwerte verändern verringern Polizeifunk habe ich keine Ahnung die sind allerdings in einem Frequenzbereich wo so Corona-Effektstörungen durchaus gerne vorkommen 400-500 MHz leider stören tun sind es nicht und die zwei bitte gibt es dann im Mobilfunknetz auch dieses Sticky-Klein-Problem was wir hier im Walrus-Lahn auch haben oder was ist das dass der Client kleben bleibt in der Zelle obwohl er eigentlich einen schwachen Empfang hat aber nebenbei eine stärkere Zelle zur Verfügung hätte ja es ist bei LTE durchaus der Fall dass ein Telefon in der 1800er Zelle bleibt obwohl in der 800er Zelle zur Verfügung stünde da müssen wir jetzt alle Netzvertreiber nochmal mit den Parametern ein bisschen bei gibt es da darf ich nochmal nachfragen mach die zwei doch nochmal auf kurz für Nachfrage gibt es da schon Mechanismen also ich kann mir jetzt vorstellen in der Stadt in Ballungsgipten ist das ja ein riesen Problem es gibt Mechanismen die in der 3Gbp sogar spezifiziert sind wie ich das Endgeräte Handling mache sodass das Endgerät dann vielleicht sogar eher auf dem 800 MHz Träger parkt und wenn es eine Datenverbindung hat und der Kunde steht auf und geht Richtung Fenster dass ich dann auf 1800 problemlos hochgehe das erfordert allerdings breitflächig gleiche Systemmodule für alle LD-Frequenzen die haben wir nicht überall die Netze werden auch umgebaut das ist aber einen guten Plus und die 3 nochmal vielen Dank vielen Dank für deinen Blick in deine Arbeit bislang ist mir nämlich zugetragen worden von anderen Providern dass aufgrund der sich ständig weiterentwickelnden Technik der hohen Komplexität Field Service runtergefahren wird das heißt bei Problemen oder bei Inbetriebnahmen fährt dann Juwei oder Ericsson selber vorbei und parametriert das alles und es gäbe angeblich bei den Providern Personal wie dich eigentlich gar nicht mehr kannst du da was dazu sagen der Field Service von oben betrachtet tauschen wir Baugruppen und aus diesem Grund haben sehr viele Netzbetreiber in Europa ich glaube alle bis auf die Telekom diesen Dienst ausgelagert es ist nicht unbedingt die glücklichste Lösung nach meiner Erfahrung die Telekom hat das Gott sei Dank noch nicht getan wird es auch nicht tun und wir können damit ein bisschen flexibler auf sowas reagieren also ist ein Vorteil wenn man das quasi noch im eigenen Laden hat und kann dann auch auf solche Probleme reagieren weil das ist ja mit dem Baugruppentausch ist ja sowas nicht repariert Aus dem Netz kommt noch eine Frage Ja da gibt es noch mal eine Frage zu den Handykillern wie schnell wird auf so einen Handykiller durch euch oder durch die Bundesnetzagentur reagiert eine typische Technikerantwort es kommt darauf an also wenn sich keiner beschwert und wenn keine Ablinkstörungen vorliegen an der Basisstation dann merkt das erstmal keiner es kommt allerdings durchaus vor dass sich Kunden beschweren und wenn das dann mehr als einer sind und die sagen ich vermute hier also gestern ging die Versorgung noch jetzt wenn ich zur Tür rankomme ist sie weg ich vermute ein Handykiller dann kann das durchaus relativ schnell gehen So und damit kommen wir zur letzten Frage und die kommt von Mikrofon 1 bitte Inwieweit war in deiner Erfahrung andere Funktechniken oder andere Kommunikationstechniken die eigentlich gar nicht funken sollen aber auch sehr hoch frequent arbeiten eine Störquelle also ich denke so an Coax-Kabelnetze oder vielleicht Powerline Communications solche Sachen die Coax-Kabelnetze machen uns sehr viel Freude Gott sei Dank ist der Ausbau noch nicht so weit aber die kommen jetzt Kabel Deutschland belegt also die oberen Frequenzen mit digitalen Signalen wir sehen die durchaus im Uplink und haben ein gewaltiges Problem damit sofern die Anlagen die in den Häusern verlegt sind nicht den Richtlinien entsprechen wie sie eigentlich sollten wir haben zum Beispiel hier eine ganze Reihenhaussiedlung in Frankfurt die solche Probleme macht die also wirklich strahlt im 800 900 MHz Bereich da hat dann der Installateur hat immer nur den Innenleiter von dem Coax-Kabel angeklemmt und den Außenleiter Brommer Ja das war ein schönes Schlusswort Peter Schmidt vielen Dank Ja Dank und schnitzel schnitzel schnitzel